Oder sowas rumfliegen? Ne, schade. Ja, pass. Marcelo hieß er, genau. Stimmt. Blumen. Blumen. Miguel! Venid para acá! Let's here. What can they be here. It didn't make sense. Why would they leave the jewels and rip open the walls? Es ist eine wirklich gute Frage. Es ist eine wirklich gute Frage. Ja, komm, gib her. Ja, komm, gib her. Es sind hier sehr viele am Panamakam. Schade. 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 Oh shit Hey Ich hab dich doch getroffen Oh shit Ich bin wieder mal tot Painkiller Ich hab dich doch getroffen Wow Ich hab keine Munition mehr Ah scheiße Okay Nochmal Painkiller Nachladen 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 Ey! Naja. Ey! Ich brauche andere Munition. Ich mach das so. So. Oh Mann. 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 Ich hasse es von so einem Meeren. dringend zu werden mein lieber das zeugt nicht von der feinen englischen art so treffer da ist ein kot im tresor hinter wir sind aber nicht drangegangen i spotted passos in marcella if i'd known back then that they'd been up to no good while i was fighting my way through a band of violent paramilitaries and a worse hangover i might Ich wollte sie so schlecht überlaufen. Hey, Passos! In der Zeit, ich hatte nicht zu viel über das. Ich hatte nicht zu viel über nichts. Jetzt, ich erinnere mich. Es war nicht so kosher. Was ist ihr Name? Daphne. Mach was ihr best. Ich denke, es ist best, dass wir sie finden. Ja, okay. Los geht's. See? Ich dachte, Passos war ein schlechtes Mann. Nein, ich habe nicht versucht, diese Frau oder die Crew zu retten. Wir sind hier. Ich wusste nicht, dass du hier kennst. Wir nutzen diese Gebäude zu kommen. Los geht's! 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 Tchuu! so mein lieber du bist auch weg ja das ist also das finde ich ziemlich seltsam was hier schade ja ich bin durchgelaufen wow habe ich den 1 ja 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 wow